Ach, Herr Celinny, es bleibt doch stehen. Und dein blödes Fest kannst du auch vergessen. Da geben nämlich New Kids on the Block ihr einziges Konzert im Königreich. New Kids on the Block? Das war zu meiner Zeit. Die haben sich doch vor 15 Jahren schon aufgelöst. Oh, Papa, wo lebst du denn? Die haben sich doch längst schon wieder vereinigt. Echt? Wie geil ist das denn? Ja, und ihre Nordamerika-Tournee war innerhalb von vier Stunden aufverkauft. Boah, innerhalb von vier Stunden? Ja, krass, oder? Das ist ja endgeil. Das ist ja endgeil. Das ist ja endgeil. Das ist ja Ende. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020